Jo Freunde was geht zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wie ihr schon am Titel gelesen habt spielen wir heute auf Maus und Keyboard und ich hoffe euch gefällt es auf jeden Fall hoffe ich dass es auf jeden Fall eine gute Runde wird und bevor das Video beginnt würde es mich sehr sehr freuen wenn ihr Unterstützer einen Creator Lion eingeben würdet es würde mich sehr sehr supporten und das ist für euch kostenlos deswegen würde es mich sehr sehr freuen wir sehen uns in der Runde okay Freunde in der Runde angekommen und ich würde sagen wir landen warum landen wir nicht mal Holly Hatches ich möchte noch ein bisschen defensiver landen und ja ich spiele schon ein bisschen auf dem PC also ich habe schon fleißig geübt und so und ja ich habe auch schon meine Key Binds jetzt gemacht außer die Markierung das habe ich noch nicht gemacht ich kann auch jetzt endlich editieren können auch theoretisch Zollti landen aber es ist mir gerade noch zu riskant vielleicht kommen wir ein zwei Gegner trotzdem noch mit nach Holly dann können wir ja noch ein bisschen mit denen kämpfen damit es jetzt nicht zu wenig Action ist ja weil ich möchte halt auch Maus und Keyboard Spieler werden also only Maus und Keyboard so falls meine Maus und Tastatur mal so laut sein sollten wie gerade weil ich habe jetzt gerade nicht unbedingt so ein Gaming Maus und Tastatur sondern die sind schon ein bisschen älter ich hoffe das ist jetzt nicht so schlimm für euch äh habe ich gerade mein etwas ist mal in meinem Key Binds los ach so hier bei Benutzen hier bei Benutzen haben wir das hier ausgestellt das ist ja natürlich nicht so gut ähm ich bin noch nicht so an meinen neuen Key Binds gewöhnt deswegen klar guckt ich bin noch nicht so dran gewöhnt ist hoffentlich nicht so schlimm und und ja okay fahren wir natürlich ein bisschen fleißig mit damit wir auch mit einem Fight was machen können ich kann euch ja auch gerne mal zeigen äh achso ich muss sie mit F aufsammeln und ich habe mit F auch meine Dings ein bisschen so ich habe wirklich nur ein paar Probleme damit tut mir jetzt leid ähm so okay haben wir hier noch ein paar mehr ich bin wirklich noch nicht dran gewöhnt also deswegen verklagt mich bitte nicht ähm ähm also wie es aussieht ich habe gerade mitbekommen okay jetzt nicht unbedingt so ein interessantes ähm ja ich kann euch ja ein ein Gegner ist mitbekommen oder was weiß ich weiß es nicht genau ich glaube dann R2 R2 oh bitte guck mal her bitte ich hoffe es sind Boards weil also mein so Köl mein erster richtiger Köl den ihr so gesehen habt okay okay ich weiß es sind ist es nicht so ich weiß es ist nicht so nicht krass aber ich bin zufrieden damit. Okay, dann haben wir hier noch ein paar Pilze. Ein paar Pilze. Und dann haben wir noch ein paar Metzfarben. So einen schönen Pilz essen. Und wie es aussieht, haben wir noch keine AR. Und dann können wir ja nochmal schnell einen Pilz essen. Äh, sorry. Ich verwechsel halt noch ein bisschen meine Keybinds. Also... Okay, wir müssen in die Richtung. Oh, das Rocket-Lead-Radio ist an. Ich bin mir gar nicht sicher, wie... Also wie das heißt, Freunde. Ich möchte jetzt grad nicht auf die Karte gucken, oder? Okay, das ist auf jeden Fall da. Wir haben drei Kills auf PC gemacht. Also für mich ist es schon eine Leistung. Es mag sein, dass es für euch nichts besonderes ist. Aber ich spiele halt auch sehr, sehr selten auf PC. Deswegen, bitte verklagt mich jetzt nicht. Ähm... Ja. Ich hab jetzt auch nur eine Waffe. Das ist ja auch wirklich sehr, sehr toll. Lass mal auf den Turm hier gehen. Äh... Ja. Das war's mal wieder komplett. Ähm... Ich werd auch noch ein bisschen gleich an meinen Keybinds rumfuchteln. Ähm... Okay, die Arme brauchen wir noch. Ähm... Okay, vielleicht finden wir ja noch einen Biggie. Oh, schon mal guten Lut für mich. Äh... Ich bin wirklich noch nicht dran gewöhnt an meinen Keybinds. Ähm... Was hab ich gemacht? Okay... Okay... Wo ist denn... Der Reifen? Da ist der Reifen. Oh na... Oh... Nicht schon wieder. Da vorne ist eine Kiste drauf. Oh, nein. Oh, nein... Oh nein. тебя sind ja so weit verstanden. Ich weiß... Oh ja. Wirklich. Ich weiß ich ja nicht. Er trecke. Ich weiß nicht, was ich nicht. Du bist. Du bist. Ich weiß nicht. Du bist. Hä? Hä? Schade. Wir sind aber auf jeden Fall 13. Platz gekommen. Der hat auf jeden Fall schon seit 2. Kill. Ich weiß auch nicht warum es ist. Auf jeden Fall, wir grüßen den XX Supreme mit 2,3. Wir sind wieder in der Lobby angekommen. Und ich würde sagen, sind wir auch direkt zum Ende des Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir haben 4 Kills geschafft, selbst wenn es die meisten Bots waren. Aber das ist ja egal. Wir haben 4 Kills geschafft. Ich finde das für mich eigentlich eine gute Leistung. Kann halt nicht schaden. Und es würde mich sehr sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Und einen Daumen nach oben geben würdet. Wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mich supporten wollt oder mir ein Geschenk machen wollt. Dann steht hier unten gleich. Auf jeden Fall unterstütze einen Crater. Wenn ihr darin L-I-O-N groß, klein oder wie auch immer ihr reinschreibt. Und dann auf Annehmen klickt. Das würde mich sehr sehr supporten. Und ja, folgt mir noch auf Insta. Dort heißt ich LanskyLP. Ich habe auf jeden Fall schon fast die 20 Abos auf Insta erreicht. Das würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall noch andere Videos von meinem Kanal anschaut. Und ihr auch mal ein Like da geben würdet. Ich würde sagen, haut rein Leute. Tschüss. Tschüss. W des Rättssäkerns. Dünnärm. Gehen. Dünnärm. Gästere. Dünnärm. Dünnärm. Vielen Dank.